Ah, Kerzen, Stoff-Servietten und was anderes als Halser zum Essen. Ja. Alles etwas stilvoller als bei unseren üblichen One-Night-Stands. Ach echt? Hier haben wir Patusserie, ein bisschen Charcuterie und eine große Schüssel exotischer Kaper. Ich wusste nicht, was das ist, aber die schmecken wie salzige Erbsen. So, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit Nachrichten gesehen hast, aber... Es gibt einen Krieg und die Wirtschaft, also an den Börsen, da geht's zur Zeit auf und ab, eine Berg- und Talfahrt. Bamba, was ist hier los?